Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich ziehe es vor, mit dem Verstand zu arbeiten. Ach kommen Sie, es ging um den Bruchteil einer Sekunde. Ich hätte vorher tot sein können. Oh, das tut mir leid. Ich dachte, Sie wären knallhart. Ein Bulle, den niemand was anhaben kann. Ich hab Sie wohl falsch eingeschätzt. Verpissen Sie sich, Norman. Das ist er. Miroslav Korda? Ja? Lieutenant Carter Blake, ich habe ein paar Fragen. Scheiße, worauf warten Sie? Er haut auf. Hey, mal vorsichtig. Hey! Aufhalten! Hey, pass auf, Mann! Hey, Mann, pass auf! Aufhalten! Huh, Mann. Hey, Mann! Oh, Mann! Oh! 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 Na los, zeig deine hässliche Visage. Wo zur Hölle ist Blake? Eine Saukälte hier, meine Hände sind ganz taub. Scheiße, wo ist der hin? Ich seh hier gar nichts. Der flieht nicht. Ich kriege den Scheiß-Kar. Der flieht nicht. 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 Anscheinend haben wir unseren Origami-Killer.